Danke, oh mein Gott. Das ist für ein gutes Team. Das war aber sehr geil. Das ist nicht super hinter mir. Ey, was haben wir denn für Brecher im gegnerischen Team? Holy moly. Ich komme mir einfach so vor, als wenn nicht keiner in Aua... Keiner in Schaden, beziehungsweise so wenig. Ah, das sieht so viel geil. Oder? Ich weiß nicht, aber ich finde es voll cool. Voll so Tunnel-RWF. Oh. Die haben alle Bust von Scuba. Tschüss, wie sie denken. Das ist so heftig, ey. Ich kann mir teilweise sagen, dass ich überhaupt keine HP habe. Kaffeegöttin. Voll die Schnecke. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh mein Gott. Das ist ja mega cute. Wie ist das? Wie ist das? Das ist so cool. Oh mein Gott, ich bin gesloht. Aber erinnere ich, unser Team hat etwas, was das andere Team nicht hat. Oh mein Gott, jetzt mache ich das nicht mehr, ich wollte etwas voll Süßes daraus machen, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Titten. Sag's bitte. Ich werde eigentlich uns drei sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich halte ihn auf dem Boden, ihr haut drauf. Im Buschverstecken seht ihr nicht. Das wird die nicht tolerieren. Was ist los? Guck mal, warum wir Team? Au. Ey. 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 Seid. Ey. Ey. No, 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 no. Fuck. Kommt denn der Teleportboy hier? Genau. Nice Stelle vom Lied. Danke. Wait. Das war's für heute. Das sieht schon geil aus. Wird ihr mich gerade brüten? Ich glaube ja. Aua, mein... Autsch. Autsch. Macht unsere Bitch eigentlich irgendwas mittlerweile? Oder eher nicht so? Oh mein Gott, es hat was gebracht, aber es war Kluft. Hallo! Oh nein! Schade! Oh Mann, ich hätte wahrscheinlich gerade einen Quadro-Key machen können. Schade. Hat nicht gereicht. Die Power war nicht Power-Fly. Oh, ja, das sieht aber nach Spawn. Hast du ein hohes Level erreicht? Nur Mirus? Wenn du mich so fragst, ja. Also nicht nur Miru, Miru und Puppe. Aber ja, hauptsächlich Miru. Jups. Jups, jups. Dodge-Team? So ging es mir in die Runde davor, dass mir alle Kids gesnackt wurden. Also jeder Last-Hit ging leider nicht an mich. Aber ja, Miru, Miru, Miru. Ja, glaube ich. Dann waren wir am 96. Hups. Einmal angefangen konnte ich nie mehr aufhören. Ja, Puppe, also ab 65 bis 66 habe ich vermehrt Puppe gemacht. Einfach um es auch zu pushen. Aber davor sonst immer, ah fuck, davor sonst immer ausschließlich Miru. 63 war auch ziemlich, warte mal, 63 haben wir glaube ich noch in Gruppe gemacht damals. Das habe ich nach drei Wochen gehabt. 64 war ich dann mehr Solo-Miru und dann mit 65 fing es auch mehr mit 12er Rotation und so. Ja. Ähm. Dadly, glaube ich, wollte den wissen. Thorsten. Die sechs Jahre? Nee, gar nicht. Also ich habe 63 in drei Wochen gemacht, 64 in drei Monaten, 65 in viereinhalb Monaten und 66, äh, waren sechseinhalb Monate. Ja. Ich hätte es noch beschleunigen können, aber, ja. Hätte halt auch über Nacht und so laufen lassen können, habe ich aber nicht gemacht. Ja, also prinzipiell würdest du es auch schaffen, innerhalb eines Jahres aus 66 zu ziehen, wenn du halt ein bisschen Sitzfleisch hast. Ich darf da nicht hoch, ich werde da nicht hoch gelassen. noch einen Sitz habe ich nicht aufgefasst. Äh, sechs. Nummer sechs. Oh, schon wieder Scoobarm-Gegner-Team. Fuck. Man, Scoobarm, warum kannst du denn nicht immer in meinem Team sein? Okay, wir schauen. Wow. Mann, ich mache dir noch nicht genug Schauen. Ja, du hast zu lange da umgebraucht, ich werde das beschleunigen. Zicker gebraucht. Wie viel, also ich kann ihnen das nur noch so in den Monatsangaben geben. Kannst du dir eigentlich selbst ausrechnen an die Stunden? Wie gesagt, also von 62 auf 63 war allein drei Wochen bei Miru damals eine ganz normale 5er-Rotation unten am Main-Spot. Hätte ich noch mehr 12er-Rotations gemacht und so, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch schneller fertig gewesen. Guck mal, jetzt habe ich den Kill dir zurückgegeben, siehst du? Ich habe den Scoobarm gegeben. Bin ich nicht voll smart. I'm a love, Doctor. Ja, das Problem ist nur, wenn du einmal damit angefangen hast, dann kannst du nicht mehr aufhören. Das heißt, ich bin gerade in so einem Punkt, wo ich gerne auf 67 grinden würde, aber es ist halt einfach Wahnsinn. Wenn sie Miru allerdings wieder buffen, so wie angekündigt, dann weiß ich nicht. Wird schwierig. Ich würde es halt eigentlich dem Stream nicht schon wieder antun, so. Ey, jetzt musst du mir nicht jeden Kill hier klauen, Thorsten. Ich habe dir einen gegeben. Geh jetzt auf die andere Seite, bleib weg von mir. Guck mal, ist wie so eine Fliege, kannst dir nichts antun, aber der ist nicht so tot. Ist eher wie eine Mücke. So eine Mücke, die du nicht in der Nacht siehst, aber du hörst sie die ganze Zeit. Und le fuegost du nochi恐�Shaș mehrll ich sont. Das grüyalt additional? Das muss mir we frustriert. Es macht Eachit. Es droht à Hannah. Töte doch Sanderos. Nein, ich kann Sanderos nicht töten. Geh weg, man. Huuuuh, Schweigen gehabt. Eieieie, ist der da einfach ausgelaufen. Ah, der hat so ein Schwein, man, warum kommt denn dann genau jemand? Kann ich gegen Scuba tauschen? Oh mein Gott, alle auf mich. Warum? Warum? Ich werde einfach alle auf mich aufgeschritten. Ach, Leikum Mio, ey. Schweine Rhyme. Das waren einfach zu viele für meine Kleine. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Warum sind denn immer gleich sechs Leute auf mich? Wo ist mein Team? Ich hab kein Team. Ich bin ohne Team. Hallo Team. Ich hab grad nur fünf, sechs Leute direkt auf mich drauf. Okay, ihr wollt das so. So, dann spiel ich jetzt auch die Arschloch-Karte. Ich kann das ja auch. Scuba ignorier ich mal ganz gekonnt. Hey. So war der wöhmig, ne? Mei, ich glaub ich hab Speck in der Tasche oder so. Um. Ufff. Bleib bei der Corsair. Ich weiß gar nicht, welche Corsair du meinst von uns. Entweder ist die auf der anderen Seite gerade. Cluster Reboot und Winter Season kommen am 22. Dezember 2021. Ich einfach fünf Jahre in diesem Stun auf dem Boden liege, ne? So heftig. So heftig. Hallo? Das ist jetzt mein, ich mach euch alle platt lehnt. Oder das ist mein, ich geh jetzt drauf, weil mich da nur Scrap lehnt. Amai! Was soll denn das immer? Das ist scheiß rumgegrappert, Alter. Ich wollte so ewig zurückkommen mit meinen Punkten, da hab ich einfach gegrappt. Wie unewig. Wie unebisch. Mann, immer hat mich irgendein vollidiot im Grab und immer hab ich vier Leute auf mich. Und wieder kein Team da. Was ist denn hier los? Also, glaube ich muss das den Leuten mal beinbringen, im Team zu spüren. Du vor allem, wie ich vor allem. Was ich. Wer sonst? Die sprechen ja nicht miteinander. Oder hat jemand anderes da vorhin zu ihm laufen und kann ihm das sagen? Dann bitte übernimm das. Oder hat jemand das? Auch, fuge ja. Oh mein Gott Oh mein Gott Ich meine es dann einfach überhaupt nicht ausgelöst hat Ich meine es dann einfach überhaupt nicht ausgelöst hat Oh shit Da hat sie mich Oh mein Gott Ich meine es dann einfach nicht ausgelöst hat Oh Gott im Himmel Ich kann mich hoch Ich bin Nancy Ich kriege irgendwie immer den Sandrus ab Aber ich weiß nicht was er weiß Ich kann mich nicht ausgelöst Ich kann mich nicht ausgelöst haben 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 Doch du scheiße Ich bin ja schön an das andere Team reingerannt ey Ich bin ja nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich mache halt die pro Runde meine 0,003, 0,004, je nachdem Ach, das ist doch ekelhaft Achso, ja, ich level doch gerade Oh, was war der denn? Hab ich nicht mehr gesehen, gerade den Boy Das RBF, also level 4, da kriegst du ja pro Runde deine Siegel und da kriegst du auch XP Kann man, wenn du die Torsten hier heimig, hast du ein Pflaster dabei? Wurde man irgendwas getätet? Alles gut bei dir, Melody Ich hoffe Also Battle Arena kriegst du keine XP, ja? Nicht, dass du das falsch verstehst, Raven Aber Red Bell fehlt schon Ach, schade, ich wollte den Sandrus kennen Aua, ey Voll rabiat hier, alle What? Und wann, der war immer wieder full Nein Stimmt das? Nein Der höchste, der ist level 66 mit 60% oder so Gibt keinen 70er Quatsch Bullshit, warum er das gesagt hat Jaua Höchstes level 66 und der müsste jetzt Ich weiß nicht, 60 oder 70% mittlerweile haben Ich weiß nicht, wie der aktuelles Standort ist Aber höher gibt's nicht Gibt noch keinen 67er auf EU Ergo natürlich auch keinen 70er Die wird nicht Ist nicht Cap, aber ist das Level, was aktuell am höchsten erreicht ist, ja Genau Aber es gibt ja keinen Level Cap Wir haben ja keinen Max-Level Gibt's ja nicht Gibt bestimmt eins Aber es ist ganz bekannt Weil allein von 66 bis 67 Bist du ja schon drei bis vier Jahre beschäftigt Also So easy ist es auch nicht Ich mag das Kostüm, ne Ich hatte mal ein Screenshot davon gemacht Wobei, ne, du siehst es doch sogar Guck mal, du siehst es doch in meinem Clip Am Ende habe ich es eingeblendet Da siehst du, was ich an Ich glaube, ich habe drei HP dazu bekommen Drei oder vier Aber wirklich richtig wenig Hallo Sandros Ah, du hast wieder ein bisschen viel mit mir gekuschelt Ich mag das Kostüm, ich finde das super Schon sehr gut aus Schon sehr hübsch Ja, aber da siehst du auf jeden Fall Am Ende, was ich dafür bekommen habe Auf 66 Ja, ich habe das hier gerade gepostet Aber du kannst es auch gerne machen War nicht in der Absicht Ja, ja Ja, also für HP oder LT oder so Levelst du nicht auf 66 Was noch Sinn macht Ist halt 65 zu machen wegen hinten HP Und dann halt wieder mit 67 Also 63, 65 und 67 Das macht Sinn Aber Also umsonst So Das ist komischerweise immer ungünstig Ja, ja Ja, ja Du stehst auch immer ungünstig Mein Freund Du bist auch immer ungünstig gestanden Ich bin das nach dem RBF im Stream gesagt Ja, alles gut Ich habe ja nichts dazu gesagt Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend Ich schicke euch jetzt mal rüber zum Gerrit Ich raider euch jetzt mal rüber Und dann Sehen wir uns morgen wieder Dann aber nicht zu BDO Sondern Zu Jurassic Park Ich habe noch zwei Sachen vor mir Dann bin ich durch damit Also lasst euch gut gehen Lasst euch nicht ärgern Schönen Abend Und seid nett zum Gerrit Ansonsten geht ihr nicht mit mir Ohl uns grinden Das ist Danny Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal